Hast du schon einmal 10.000 Euro oder mehr Geld verschenkt und dich dann geärgert? Nun, damit dir das nicht passiert, bist du heute hier richtig zum Thema Gründungszuschuss, Gründe für Ablehnung. Meine Aufgabe als Geschäftsführer des X-Grupp-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung wird es sein, dir die Hauptgründe für die Ablehnung aufzuzeigen, damit du dich vorbereiten kannst, damit du diese Gründe vermeiden kannst, damit du es richtig machst. Nun, sicherlich wird das Ganze, hier dieses Video anzugucken, die Fehler vorzubeugen, den Businessplan, Finanzplan zu erstellen, die Anträge auszufüllen. Ja, das wird Zeit kosten, vielleicht 40, vielleicht 30 Stunden. Nun, auf der anderen Seite kriegst du aber insgesamt 10.000 Euro und wenn du diese 10.000 Euro teilst durch die 40 Stunden, welchen Stundensatz hast du dann? Richtig, ungefähr 250 Euro und das ist ein super Deal. Nun befassen wir uns nun mal mit diesen Gründen, warum so viele Menschen eine Ablehnung bekommen auf ihren Antrag auf Gründungszuschuss. Der erste Punkt ist, dass diese Entscheidung deines Antrags eine Ermessensentscheidung ist. Es entscheidet tatsächlich dein Sachbearbeiter gegenüber, ob er es macht, also über Top oder über Flop. Und vielleicht hilft es dir, dass du verstehst, dass in dem Moment dein Sachbearbeiter auch nur eine Art Versicherungsberater ist, denn du hast ja als Arbeitnehmer Arbeitslosenversicherung einbezahlt und er entscheidet jetzt über eine Bewilligung. Also ich halte das auf der einen Seite fraglich, aber auf der anderen Seite kann man auch den politischen Willen dahinter verstehen, dass du wieder zurückgehst in die Angestellte, abhängige Beschäftigung und via Lohnsteuer und Sozialversicherung zahlst. Also merk dir einfach, Ermessensentscheidung. Was bedeutet das? Wenn du dich dann nicht kooperativ verhältst mit deinem Sachbearbeiter redend die Auflagen und die Termine und die Fristen nicht erfüllst, also ihn zum Feind machst, nun, dann wird er gegen dich arbeiten und innerlich schon sagen, der kann mir abgeben, was er will. Ich finde schon ein Grund, den abzulehnen. Also von daher halte ich kooperativ. Und dazu gehört zum Beispiel, dass du trotzdem deine Unterlagen hochladen musst, deinen Lebenslauf aktualisieren und dass du auch Bewerbungen durchführen musst, damit der Sachbearbeiter seine Pflicht erfüllt. Da sind wir jetzt schon beim nächsten Grund. Und der nächste Grund ist, dass du zu wenig oder keine Bewerbungen gemacht hast. Warum ist das so? Nun, der Sachbearbeiter, der dir gegenüber sitzt, der darf natürlich nicht einfach freischalten und walten, wie ihm gerade lustig ist, sondern er hat eine interne, ermessenslenkende Weisung, wo drin steht, erst, lieber Sachbearbeiter, prüfe den Arbeitsmarkt, ob der Kunde, du, vermittelt werden kann. Und erst, wenn das nicht gelingt, dann kommt der Punkt Nummer zwei. Erst dann darf er dich unterstützen, Gründungszuschussmittel zu beantragen, Maßnahmen belegen, die dich dann in deine Selbstständigkeit bringen und fördern. Was bedeutet das nun? Das bedeutet, dass der Sachbearbeiter die ersten ein, zwei Monate mit dir zusammenarbeiten muss, dir Vermittlungsvorschläge machen muss, du dich bewerben musst und das auch dokumentiert beweisen musst, dass du drei, vier, fünf Bewerbungen im Monat auch ablieferst, die negativ sind. Warum ist das so wichtig? Weil auch der Sachbearbeiter hat über sich einen Teamleiter, Bereichsleiter, Geschäftsleiter und die prüfen natürlich nach unten, ob diese intern, ermessenslenkenden Weisungen durchgeführt worden sind. Das heißt also, worst case, der Sachbearbeiter glaubt an dich, der glaubt an deine Idee und der bewilligt dich gleich im ersten Monat, den Gründungszuschussantrag, dann kann es sein, dass der Sachbearbeiter einen Einlauf bekommt von seinem Chef, der die Akten sieht und dann den Sachbearbeiter fragt, sagen Sie mal, Müller, haben Sie überhaupt geprüft, dass der vermittelbar ist? Ach, haben Sie nicht. Abmahnung. Also arbeiten Sie mit dem Sachbearbeiter zusammen, dass der auch aus seiner Sicht alles richtig macht. Denkt dran, unsere Behörden sitzen voll mit Menschen, die alles richtig machen wollen. Was könnte nun der nächste Fehler sein? Der nächste Fehler kann sein, dass du deinen Antrag zu spät abholst. Was meine ich damit? Ich meine nicht damit, wann du den abgibst, wann du startest, sondern, dass du heute zum Gewerbeamt gehst, heute zum Finanzamt gehst und dich anmeldest, dich selbstständig machst und morgen dann zur Agentur für Arbeit gehst und sagst, Mensch, oder nächste Woche, Mensch, lieber Sachbearbeiter, hieß meine Gewerbeanmeldung, ich habe mich letzte Woche voll erwerbt, selbstständig gemacht, also Vollzeit und jetzt möchte ich ganz gerne auch den Antrag auf Gründungszuschuss. Nur wenn dir das passiert, dann sagt der Sachbearbeiter dir etwa folgendes. Lieber Kunde, Sie stehen seit letzter Woche, seit Ihrer Anmeldung nicht mehr zur Verfügung. Sie haben mir zu stehen, am 1. Juli haben Sie es selbstständig gemacht. Wir haben heute den 8. Juli, Sie haben gar kein Recht mehr, den Antrag auf Gründungszuschuss zu stellen, weil mit Ihrer Vollerwerbsgründung letzte Woche haben Sie leider AEG 1 verloren, weil Sie uns nicht mehr verfügbar, zur Verfügung stehen für die Vermittlung und deshalb, weil Sie nicht mehr AEG 1 haben, haben Sie auch keinen Anspruch auf Gründungszuschuss. Merke also, bevor du irgendwas meldest, vor allen Dingen in den Vollerwerb meldest, vorher den Antrag abholen. Und dann steht auf diesem Antrag auch ein Datum drauf, Tag der Antragstellung ist nicht, wann du es abgibst, sondern wann du ihn abgeholt hast. Okay, dann wechselst du intern bei der Agentur für Arbeit auch so die Abteilung von erster Arbeitsmarktvermittlung in, macht sich selbstständig und du kriegst auch keine oder weniger Vermittlungsvorschläge. Das ist also der nächste Fehler. Kommen wir nun zum vierten Punkt. Hier ist es nicht, dass du den Antrag zu spät abholst, sondern zu spät abgibst. Denn es gibt eine sogenannte Frist von 150 Tagen, die, wenn das dein Bewilligungszeitraum für AEG 1 ist, in der Regel 12 Monate, kann auch mal 15 oder 18 sein, Wenn das also deine 12 Monate hier sind, dann sagt die Agentur für Arbeit oder beziehungsweise das Gesetz dahinter sagt, dass du mindestens 5 Monate, also 150 Tage, musst du noch zur Verfügung haben, bevor du dann hier deinen Antrag abholst. Was bedeutet das? Wenn du am 01.01.2000x deine AEG 1 Bewilligung bekommst, das heißt, du hast einen Brief zu Hause, sie haben AEG 1 und beziehen die und die Summe, dann hast du theoretisch eine Laufzeit bis zum 31.12. des Jahres. Und nun musst du vom Dezember, Dezember, November, Oktober, September, August zurückdenken und dann wirst du feststellen, dass du im Juli noch die Chance hast, dich anzumelden, aber im August du schon zu spät bist. Das bedeutet also, 150 Tage, einen Tag später heißt kompletter Verlust der Fördermittel auf Gründungszuschuss, weil der Antrag gar nicht mehr formell überhaupt gestellt werden kann, weil die Frist abgelaufen ist. Der nächste Grund ist, dass du den größten Fehler machst, den fast alle Unternehmer und Gründer machen, wenn sie irgendwo Geld haben wollen, Fördermittel beantragen. Sie vergessen nämlich zu überprüfen, dass 100% Vollständigkeit der Unterlagen gegeben ist. Was meine ich damit? Wenn du die anderen Videos hier angeguckt hast, dann weißt du, dass hier nicht nur ein Businessplan gefordert ist, nicht nur ein Finanzplan auf 36 Monate, sondern du brauchst auch Lebenslauf, du brauchst beispielsweise auch Zeugnisse, Zertifikate, vielleicht den Nachweis für ein Existenzgründungsseminar, vielleicht brauchst du noch eine fachkundige Stellungnahme, die kleine und die große. Das heißt, du hast eine ganze Latte von Punkten, die du abgeben musst und das macht tatsächlich erst Sinn, deine Unterlagen abzugeben, wenn es 100% vollständig ist. Was passiert ansonsten? Du kriegst entweder eine Ablehnung oder du kriegst die Antragsunterlagen wieder mit und das verzögert sich alles und du wirst dann sofort abgemeldet von AEG 1, hast aber den Gründungszuschuss noch nicht, dann hast du Liquiditätsprobleme privat. Also das können alles die Folgen sein. Deshalb mein Tipp ist, such dir einen Berater oder eine Checkliste oder ein Team von Menschen, die wissen, wie das geht und lass dich beraten, wann ist 100%ig alles an Vollständigkeit erreicht. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt, da geht es um Geld. Da geht es um deinen Finanzplan. Es gibt nicht zwei Gründe, weshalb die Agentur für Arbeit deinen Antrag ablehnen kann. Das eine ist, du verdienst laut Plan, also nicht was du hast, sondern was du postulierst, was du kalkulierst, verdienst du zu wenig. Wenn du also in den ersten sechs Monaten deiner Gründung nicht so viel verdienst nach Abzug deiner Kosten, die du entnehmen kannst, dass deine privaten Lebenshaltungskosten getragen werden können, theoretisch. Wenn du also so einen Plan abgibst, wirst du abgelehnt, weil du zu wenig Geld verdienst laut Plan. Und das gleiche gilt, wenn du zu viel Geld verdienst. Wenn du nämlich sagst, ich starte nächsten Monat, August und ich verdiene gleich 10.000 Euro und ich habe eine 2.000 Euro betriebliche Kosten, habe ich 8.000 Euro Überschuss, habe ich einen Gewinn, den ich theoretisch mir entnehmen kann nach Abzug der gewerblichen Steuern, bleiben noch 5.000, 4.000 übrig und dann guckt die Agentur für Arbeit, der Sachbearbeiter auf deine privaten Lebenshaltungskosten und stellt fest, Mensch, der braucht nur 2.000, hat aber 4.000 im ersten Monat. Mensch, das ist ja ein guter Plan, der braucht uns gar nicht und die Mittel werden auch abgelehnt. Das heißt also beim Finanzplan, wenn es um Geld geht, deine Einkünfte geht, achte auf, dass du nicht zu wenig und nicht zu viel verdienst. Wir helfen dir natürlich gerne dabei, diesen richtigen Hochlaufplanungskanal für deinen Rentabilitätsplan zu entwickeln. Kommen wir nun zum nächsten Ablehnungsgrund. Der nächste Ablehnungsgrund ist, dass deine Geschäftsidee nicht ordentlich recherchiert ist. Was meine ich damit? Wenn die Recherche schlecht ist, zum Beispiel in Bezug auf deine Mitbewerber, hatten wir eine Kosmetikerin, die gesagt hat, ja, an dem Standort, an dem ich mich selbstständig mache, bin ich die Einzige. Nun, auch der Sachbearbeiter im Agentur für Arbeit hat Google Maps und dort kann er auch deine Postleitzahl, die Straße eingeben und dann den Suchbegriff Kosmetik. Und wenn er dann 40 Kosmetikinstitute um deinen Standort findet, dann sagt er auch, das Ding ist nicht recherchiert. Dann wirst du auch abgelehnt. Also von daher, mach eine grünliche Markt- und eine Wettbewerbsrecherche und Preisrecherche, bevor du diesen Antrag abgibst, weil die Sachbearbeiter inzwischen das auch überprüfen. Kommen wir zum nächsten Grund, weshalb abgelehnt wird. Und zwar hat das mit dem Thema Scheinselbstständigkeit zu tun. Was meine ich damit? Wenn du von deinem Freund, Bekannten eine Empfehlung bekommst für ein ganz tolles Geschäft, zum Beispiel ein Network-Marketing-Geschäft, um kleine Pülberchen oder Fläschchen zu verkaufen, dann ist das mal eine tolle Geschäftsidee, weil du wenig Geld einsetzen musst, weil du das nebenbei und von zu Hause aus machen kannst. Du musst nicht 100.000 Euro Anfangskosten und Kapital aufnehmen und dich verschulden. Das ist spitze für so eine Geschäftsidee. Aber die Gefahr ist groß aus der Sicht der Agentur für Arbeit, dass du nur für einen Auftraggeber tätig bist. Und wenn das der Fall ist, dann sieht die Agentur für Arbeit, dass du Scheinselbstständigkeit unterliegst und lehnt das aus diesem Grund auch ab. Also von daher, bauen dein Geschäft lieber auf ein oder zwei Standbeine auf, wenn du mit anderen Firmenlieferanten zusammenarbeitest. Nun, und ein weiterer Grund ist, so lächerlich er auch klingen mag, ist, dass der Antrag falsch ausgefüllt worden ist. Denn bei diesem Antrag auf Gründungszuschuss darfst du einige sehr wichtige Kreuze machen. Und mit diesen Kreuzen wird überprüft, ob du scheinselbstständig bist. Da steht zum Beispiel, tragen sie eigenes Risiko. Dann musst du Ja ankreuzen, weil du ein unternehmerisches Risiko trägst. Wenn du sagst, du bist in anderen Firmen und Organisationen eingebunden und da kreuzt du auch Ja an, dann ist es wieder ein Indikator für Scheinselbstständigkeit. Und wenn du keinen eigenen Marktauftritt ankreuzt, dann weiß die Agentur für Arbeit, oh, könnte scheinselbstständig sein. Also deshalb lass dich gut beraten, auch von einem Berater, wenn es darum geht, A, den Antrag auszufüllen. Und was ganz wichtig ist, meistens bekommst du noch so ein Dokument, wo drin steht, Motivationsschreien, warum beantragen sie Gründungszuschuss. Und da musst du auch eintragen, dass du diese Mittel Gründungszuschuss nur für deine privaten Lebenshaltungskosten brauchst. Also für Miete, für Unterkunft, Essen, für Versicherung, aber auf keinen Fall für den neuen Laptop, den du ja so dringend brauchst. Denn der Gründungszuschuss ist nicht für betriebliche Mittel, nur für private Mittel. Auch ein Ablehnungsgrund. Nun, und was ist nun der allerletzte Grund, weshalb vielleicht noch abgelehnt wird, weil du die fachkundige Stellungnahme nicht mitbringst, beziehungsweise nur die kleine und nicht die große. Was ist nun die kleine fachkundige Stellungnahme? Nun die kleine, da kriegst du ein Antragsformular und da kreuzt man an, sind Unterlagen vollständig, ist das Geschäftsmodell tragfähig. Und dann gibt es aber unten noch meistens die Frage Nummer 8, ist die fachkundige, ausführliche fachkundige Stellungnahme einer fachkundigen Stelle? Wer ist das? Das ist ein Unternehmensberater, Steuerberater, IHK, Handwerkskammer. Also ist die beigelegt? Was bedeutet das? Wenn wir zum Beispiel als Unternehmensberater, als Institut, dir eine fachkundige Stellungnahme schreiben müssen, eine ausführliche, dann haben wir zwei, drei, vier Seiten Text, wo wir eine Art wirtschaftliches Gutachten schreiben, wer du bist, wie toll deine Idee ist, warum die Kunden da sind und warum du vom Finanzplan auch existieren wirst. Und wenn das fehlt, wenn also die kleine oder die große fachkundige Stellungnahme fehlt, nun, dann wird der Antrag auch abgelehnt. Wenn du nun noch Fragen hast, wenn du selbst den Antrag stellen möchtest, diese Fehler vermeiden oder wenn du einfach nur die fachkundige Stellungnahme benötigst, die wir schreiben sollen, dann machen wir das gerne bundesweit. Du kannst gerne hier diesen Gutschein gleich nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Und ganz wichtig ist, damit du diese Fehler vermeiden kannst, kannst du auch Fördermittel beantragen, da unser Unternehmen, die X-Group zertifiziert ist, kriegst du bis 50 kostenlose Vorgründungsberatungsstunden finanziert von der Agentur für Arbeit, damit du diese Fehler nicht machen musst. Und damit wir auch dir dabei helfen können, die fachkundige Stellungnahme zu erfüllen, die Voraussetzungen abzuhaken, die Unterlagen vollständig zu machen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Antrag und natürlich auch bei deiner Gründung und dabei auf diesem Weg, dich selbstständig zu machen oder deine Firma zu gründen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklungen zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.